genau 30 Gold in der Lava normaler der Gold normal war in der Lava halt wo es heute auch hingehört die ganze Zeit runter sogar ich finde ihr dürft mir ein bisschen mit Ausleuchten helfen weil ihr zu laufen laufen lauft und leuchtet nicht aus ich suche gerade ich so gut und Oho Oro Oro oder am Ende der Niederlage wieder nichts und dann sterbt jemand alles dunkel der Lava ist ja da ja aber trotzdem wenn man war mir da schon ich komme wieder Liefler dann war mir schon Loll noch mehr Gold Lebenskristall ich hab schon 400 danke aber die können wir gut verkaufen pack den mal ein Alex hat auch noch nicht genug ich hab auch nicht 400 pack ihn schon mal aus äh pack ihn schon mal aus pack ihn schon mal ein ja ich pack ihn gleich aus oh Schwuchtel Alex bekommt erst 5 Sekunden später mit so aha die Grüße ja da wissen wir wenigstens schon mal dass du nicht so nicht so denkst wie er ja weil er ist das halt gewohnt er sagt das ja auch immer zu seinem Freund hey aha ich pack ihn gleich aus t hast du doch selber gesagt ja pack ihn aus so entfluten wir mal wieder nein Spaß so ich hab ich hab drei so specious looking eye oder wie heißen das ja so specious looking eye man kann ich das nicht beschwören kannst du aber nur bis nacht ist ja alter wie lang braucht denn das 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 kann man halt hallo 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 ich bin noch für 40 Sekunden alles na komm mal mit hallo 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 ich habe auch noch die Tränke da finde ich den zeigt den Fundort von Schatz und Erz zwei Stück ach was macht ihr denn da wieder hey werte wir kann ich auch sie damit nehmen ja kann nicht na Blutmund ja wenn jetzt ja wenn jetzt äh äh hallo hallo Hauptsache sagst du gar nicht Bescheid bevor du es beschwörst ne ich nicht damit ich mich auch überhaupt nicht vorbereiten kann na komm kriegen mal warte mal ja ich muss grad mal ja ich muss grad mal Damage Manny vielleicht sollten wir lieber im Nahkampf angreifen ja ja ok ha 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 äh jetzt würde ich auf das Tanz gehen ne ja jetzt Lebenskristall Schatztruhe alles hallo aber wir können die Sachen jetzt eh nicht mitnehmen unsere Inventare sind viel zu voll ja ja was mach denn jetzt ja nenn mal auf den Teubo der gleich stirbt wegen dem Boss ok der einfach mal so in Teubo drin explodiert äh hast du ganz viel Dämonite eingesammelt äh nein kann natürlich alles noch hier unten sein ne das würde man sehen n 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 aller n da war ohne Druckplatte kann man sein Ja. Die müsstest du mal abbauen, die gibt uns schön Geld. Zusammen mit der Pfeilfalle. Oh. Oh, falsche Taste. Oh ja, jetzt komm ich aber nicht zu dir, um dir zu helfen. Das schaffst du ja wohl alleine. Ach ja. Wer es alleine beschwören kann, kann es auch alleine bekämpfen. Heißfaule. Ja, ich verschwende aber nur meine Muni. Ja, denkst du jetzt, ich würde sie nicht verschwenden? Ich geh trotzdem nur mal Spinnweben farmen. Ich nehme ihn mal mit, komm mal mit. Nein, geh weg jetzt. Wenn er mich jetzt wegen dir angreift, dann gibt's aber auch... Ja genau, ich geh weg hier. Hab ich gar keine Lust da drauf. Ich mach ihm keinen Schaden, also wird er wohl weiterhin dich angreifen müssen. Nein, nein, geh weg du! Nein, nein! Nein! Ja, noch nicht mal ne Ulti. Also ich hätte das Auge ja in Ruhe gelassen. Ich hab den Außersehen draus bekommen. Oh, du stirbst gleich, hab ich gehört. Oh, du stirbst gleich, hab ich gehört. Ich komm her. Nein, ich nicht. Ja, ich nicht. Jo, ich nicht. Jo, ich nicht. Neid mir mal! Nein! Ich hab das direkt! Aua! Er tötet ihn. Danke. er er kommt ja ich werde ja noch ein paar Schleger er ist der Abwehr das heißt die Ausgleichung ist der Mende die Sachen zu wo es sind so ist das halb tot Alter, ich bin fast... Noo... Wie leid, Veto. Ich spiel gern in Magma. Okay, ich mach das jetzt. Nein, 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 ich bin... Kommen wir nicht raus! Haha, voll am Ausrasten. Ah, nein! Das macht man nicht! Ah! Ja, komm, hierher, komm, hierher, ja, hierher. Alter, wir... Alter... Alter... Ausweich! Ausweich! Alter, die Zombies grad hier unser Haus stürmen, ne? Mir auch egal. Ja, sicherlich! Jetzt hängt's denen das 15 kostet. Ja, ich geh erstmal weg. Nein, hör auf! Du bist jetzt erst auf zum Haus. Wer? Ja, egal, wo bist du? Ich... Ja, was? Nein, komm doch mal jetzt her zu mir, Junge! Du beschwörst ihn und dann lässt er mich damit alleine, oder was? Ja, natürlich! Voll der... Noob! Nicht... Kann ich mal das Auge alleine bekämpfen. Ja, ich bin ganz einfach Bobby. Ah, so, jetzt hab ich auch noch einen 50er-Drank genommen. Aber egal, das krieg ich gerade noch hin. Down. So, nochmal, ne? Kannst du machen, aber diesmal machst du's wirklich allein. Ne, ne, das mal. Ach klar, jetzt kommst du wieder, ne? Jetzt, wo's um die Aufteilung von Profit geht. Komm mal her, komm mal her, bitte ich will was zuwerfen. Schnell und Dynamit. Ja, sicher! Lol. Warten. Ja, wie viele Leute hier sind. Nein, war das wieder... Oh, du bist doch voll der riesen... Pisser. Nein, Mama! Schau auf die falsche Tasche! Ach, ja. Mir egal. Viel Spaß. Komm. Ja, Byrds, komm mal her. Hilf ihm nicht. Nein, das find ich jetzt unfair. Komm, Teamwork. Junge, du bestwörst den die ganze Zeit alleine. Dann kannst du ihn jetzt auch mal bekämpfen. Hahahaha! 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 Wer steht in unsere Leute? Boah, Junge. Kannst du mal den jetzt bitte töten? Ich hab keine Lust. Ja, komm. Komm zu Papa. Ja, halt nicht. Boah, und warum sortiert ihr eure Scheiße nicht mal? Ihr fuckt mich ab. Okay, komm her. Hauptsache, ich hab ja nicht 10 Kisten, in denen alles da ist, wo es hingehört. Nein. Schon okay. Ihr müsst die Sachen da nicht rein tun. So, das war's. Das letzte verdammte Mal ist sortiert erstmal. Ja, und ab. Tür zu. Rein. Rein. Und rein. Und rein. Also wer von euch sortiert hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen in die Kisten, wo sie nicht hingehören? Das ist bisschen nervig. Alter! Ach, das ist der Blutmond. Total vergessen. Die können da rein. Wie gut, dass wir auch überhaupt keine Materialien haben, die wir da hinziehen könnten. Ne, ne, haben wir nicht. Loll, Bronze. Äh, Kupfer. Ja. Ich hab keinen Stein oder sowas dabei gehabt. Ich hab keinen Platz für sowas. So kann man auch Inventarplätze verschwenden. Boah. So kann man auch Inventarplätze verschwenden. Wie, yo. Nice. Hier, Bert, äh, Pascal, du hast was noch irgendwo, äh, Klebskostrale, ne? Gib mir mal noch zwei, bitte. Danke. Okay. Dann haben wir nämlich alles 400 Leben und dann ist alles gut. Äh, du hast 360, äh, ne, 400. Hey, was machen wir denn mit dem Silber, mit dem Gold und mit den Eisenbahren und Kupfer und alles? Ja, wieso? Das ist hier. Du sortierst so immer in falsche Kisten ein. Wo ist denn, wo ist denn die Fach mit den Statuen? Ach, hier. Okay, welche Kiste? Ach, nochmal Statuen. Die, in der ich gerade dran bin. Aha. Was sollen wir denn mit der, äh, Pressure Adelaide und so? Hä, lol. Du hast ja mehr Silber als Eisen. Voll unlogisch. Ja, wir haben richtig viel mehr, man. Ich hab 48 Silber und 24 Eisen. Boah, ist jetzt überhaupt nicht mehr sortiert, aber ist auch schon egal. Ist ja sowieso nie. Das müssen wir mit Schildern machen. Ähm, aber kann man die Pressure Blades verkaufen? Warte mal, hä? Eisen. Der verkauft die doch. Da ist Eisen. Warte, kann ich da jetzt mal auch dran? Ja, warte, ich bin grad am sortieren. Ja. Merkt man. Hm, 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 hm! Warte mal, hör mal, hör mal, hör mal. Dann ist da Gofield und hier- Darf ich jetzt mal dran? Ja. Darf ich jetzt mal dran? Wie geil die Kohle geht, ey? Alter, guck mal, der geht durch Schwendel. Hä, der war grad durch die Wand. durchwand durchwunden und auch ein bisschen mehr die gewandt ja wahrscheinlich ein Bakt er will die Fülle Höhle die erste Hühle Halle geht um auf jeden Fall die Schattenschütze der öffnet dort unten alle weil wir haben zwei okay das ist auch ein kleiner ich gehe jetzt wieder in die Hölle zu lassen der Markt habe ich jetzt eigentlich alles bei mir nicht mit haben muss ja ach da wir noch mal akzeptieren wird sagt was Loll befassen achtet das brettoman schwimmen kann man kann so von der truhe weggehen durch immer wird dann die paar sachen umsortieren aber kann man hier Ja... Auch geht er nicht. Hä? Wo sind denn jetzt hier die... ...die, die, die da halt? Wovon redest du? Flowing... Flowing Mushroom. Weiß ich nicht. Ich hab ein...